Hallo und herzlich willkommen zur aller allerersten Folge der Mappelshow. Nichts mehr schwache Nerven. Da ist der Herr über Wasserwerfer und Schlagstöcke und jetzt soll noch der König der Schlichtungsgespräche baden. Württembergs Ministerpräsident, Applaus, Applaus, Applaus! Ich glaube, dass die Menschen erwarten, dass man jetzt die Fakten auf den Tisch legt. Alle an den Tisch, alles auf den Tisch. Dann kriegen wir das auch hin. Was meint er denn damit, alles auf den Tisch? Lieber wem wohl unter den Tisch, was? Aber eine gute Idee, auch mal ein paar Fakten zu bringen. Alles auf den Tisch nach 16 Jahren. Allerdings. Und was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Ich könnte kotzen.